So, so, so YouTube. Hallihallo, Hallöde. Hier seht ihr noch die letzte Runde. Wir wollen aber eine neue Runde Geotastic machen. Und zwar drei Runden, unendlich viel Zeit und genau herausfinden, wo wir in Geotastic sind. Und ich würde sagen, wir legen los. Wer nicht weiß, was Geotastic ist, wird es jetzt kennenlernen. Und Runde 1 startet jetzt. Ich hoffe, wir kriegen einigermaßen gute Sachen. Ich würde schon wieder sagen, wir sind in Griechenland. Alarmee. Oder Italien oder sowas. Aber die Autos sahen aus, als ob sie keine EU-Kennzeichen haben. Mithon immer geil, wenn man sie lesen kann, aber wir haben wieder Kartoffelkamera. Blapublic. Arzenda. Spanien vielleicht? Portugal? Okay. Wir werden gucken gehen. Ja, und auch auf jeden Fall danke für 25 starke Likes und 1050 Subscriber. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir sind in Italien. Das geht hier Schlag auf Schlag. Nicht bedanken, finden oder San Marino, würde ich fast sagen. Weil wir sind auf dem Hügel. Und südwestlich ist noch ein Hügel. Und das könnte das Ding hier sein. Das heißt, wir wären hier. Und wie heißt die Straße neben dem nackten Herrn, der hier rumläuft? Rancidelo. Die große findet man immer schwer heraus. Aber die könnten wir vielleicht sehen. Die geht Richtung Nordosten, Norden, Osten, äh Nordosten, so ab von der Straße. Rancidelo. In einer Gegend, wo es nicht so viel Einwohner gibt. Also wahrscheinlich eher hier dann in die Richtung. Michelle. Noch mehr Michelle. Die gibt dir eine Schelle. Da müssen wir nochmal ein bisschen fahren und das ein bisschen weiter eingrenzen, nicht? Hier wären wir schon draußen. Vielleicht mehr in die Richtung. Ja, das wäre mir zu dicht dran, nicht? Wir gucken ja eigentlich von hier, von einem Berg auf einen anderen Berg. Das heißt, hier könnten wir sein. Paradiso. Oh, ich dachte schon. Ich habe schon gefeiert, innerlich. Aber Rancidelo. Nicht Paradiso. Critella. Montolive. Da wären wir schon wieder draußen. Das hier sieht nach einer guten Ecke aus. Der Straßenverlauf funktioniert ganz gut. Wir können auch hier drauf sein. Auf dem hier. Balducci. Rangakila. Na, fast. Nee, ich glaube, wir fahren nochmal ein Stück, oder? Fahr einfach mal weiter. Ja, denke ich auch. Das Problem ist, das Einzige, was du in San Marino findest, sind Kreisverkehre, wo dran steht, in welche Richtung es geht. Oder halt die Seitenstraßennamen. Viel mehr findest du oft nicht heraus. Vielleicht. Ah, warte. Das kenne ich. Da war ich schon. Das ist das Einkaufszentrum. Die gibt es nicht so viele. Wenn es das ist. Lama Tichier. Guck mal. Die hatten wir doch eben. Lama Tichier. Hier. Das ist nämlich die hier. Da bin ich nämlich schon. Und wir sind dann... Lama Tichier. Oh. Die geht hier nach da, nach hier. Und hier müsste dann das Einkaufszentrum sein. Genau. Das ist nämlich die Hauptstraße, so in etwa. Und hier ist, äh, ja, anderes Zeug. So. Aber ich sehe die abgehende Straße nicht. Vom Namen her, von uns. Kann sein, dass die halt... Keinen Namen hat. Hier drin. Franchisione. Ja, die hier zum Beispiel. Aber unsere geht ja in die Richtung ab. Hier ist es schon Mori. Mori. Ich glaube, unsere Straße gibt es nicht. Oder ist halt die ohne richtigen Namen. Ähm. Gut. Wir haben hier noch eine andere Möglichkeit. Die hier hat keinen Namen, leider. Das wäre noch viel besser, wenn wir den Namen wüssten. Die geht straight nach Norden weg. Gucken wir mal. Macht die... Eine Aufteilung. Nach Norden. Und dann gibt es zwei Einfahrten. Das heißt, wir könnten hier stehen. Die Straße bei uns geht... Leicht nördlich. Wäre genau der Punkt. Das heißt, wir müssten jetzt... Erstmal nach Osten fahren. Dann leicht nach Norden. Und dann nach Süden eine Kurve machen. Ich würde sagen, das passt schon ganz gut. Es gibt auch keine abfahrenden Straßen. Und dann kommt eine Einfahrt. Das ist die hier wahrscheinlich. Weil es war sehr gerade, nicht? Aber da ist die Kurve. Okay. Das ist die Kurve hier. Dann kommt die Einfahrt. Und dann kommt eine Einfahrt nach rechts. Die sehen wir nicht. Dann kommt noch mehr rechts und links. Und die große Straße kommt nur nicht. Okay. Macht mich gerade stutzig. Und dann kommt die große Straße. Und die heißt La Creta. La Creta. Okay. Dann sind hier ganz viele kleine Einfahrten nicht eingezeichnet. Dann hoffe ich, dass wir da stehen. Finish. 4,15 Meter. Ging doch. Glück gehabt, dass die die Straße ist, die eingezeichnet war. Und damit geht es weiter in Runde 2. Oh. Oh. Starker Anblick. Deswegen spiele ich Geertestik. Und wir sind in Kirgizistan. Sehr schön. Sind wir in Bisek? Glaube ich nicht. Warte. Im Südwesten ist der Ruhrberg. Und die Bergkette. Oh. Und im Norden ist ein Hügel. Deswegen kann es Bisek nicht sein. Da ist nämlich nichts. Ähm. Hier gab es eine andere große Stadt. Die haben wir ja nicht so viele. Tomok. Almaty war ich auch einmal. Ich habe zwar Russland ausgeschlossen, aber irgendwie landet man. Achso. Kasachstan. Ja. Kasachstan hat irgendwie aber hier ein bisschen Abdeckung. Warum auch immer. Bin ich einmal da drin gelandet. Aber sonst haben die glaube ich gar nichts in Kasachstan. Ähm. Einmal waren wir hier unten. Aber diese roten Hügel habe ich noch nie gesehen. Weil die sehen nach Wüste aus. Nicht? Die sehen nach Amerika aus. Gut. Wie groß ist die Stadt? Schon größer. Hat Busstationen auf jeden Fall. Kegisesta mache ich übrigens sehr, sehr gerne. Also das ist auf jeden Fall eine coole, coole Rätselrunde. Auch wenn man wenig lesen kann. Äh. Die haben Straßennamen. Wenn auch versteckt. Wo man ein bisschen gucken muss. Gerade hier oben über den großen Straßen hängt oft der Name. Ich glaube das nicht. Äh. Kann ich nicht lesen. Das hilft manchmal schon. Die haben halt nicht so viele Städte. Dadurch kann man oft allein schon anhand der Bergkette. Boah. Ey. Guckt euch das mal an. Das ist ja wie in den Alpen. Ne? Über der Baumgrenze fast. Ja. Okay. Hier wird es auf jeden Fall größer. Vielleicht finden wir irgendeinen riesengroßen Platz. An dem wir uns orientieren können. Manchmal gibt es halt so riesige, riesige. Plätze oder sowas hier. Was auffällt in der Karte dann in der Stadt. Oder auch lange, große Gebäude. Ja. Das könnte doch was sein. Ich kann nur nicht den Namen hier raus erkennen. Zuhause in Kipapiripien. Zufrieden in Kipapiripien. Warte mal. Wir können ja mal gucken. Wie heißen die Orte hier denn? Kappa. En suchen wir. Gibt es sowas? En. Kappa. Kappa. Zumindest nicht in der Zoom-Stufe. So. Die sind alle hier am See. Das können wir ausschließen nicht. Wir haben keinen See. Wir haben eine dicke Bergkette vor uns. Im Süden. Und wir haben rote Sandsteine vor uns. Könnte Tomok sein. Hätten wir aber neben der Straße Wasser. Haben wir nicht. Gut. Wir können hier drin sein. Glaube ich aber nicht. Man startet eigentlich immer auf der großen. Ah. Hier war ich schon mal. Hier bin ich schon mal raufgefahren. Auf dieses Gebäude. Und zwar aus der Richtung von da hinten gestartet. Irgendwo. Ah. Da 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 da. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war nicht so eine riesige Stadt. Aber ich. Oder es gibt nochmal ein gleiches Gebäude. Aber die Figur. Und die Fahnen. Und dieses Ding. Ist eigentlich schon recht eindeutig. Aber ich kann mich null erinnern. Wo genau. Genau. Cool wäre auch wenn wir eine Klinik oder so finden. Meistens heißen die Kliniken ja. Oder Krankenhaus von bla bla bla. Nicht? Oder Polizeistation oder so. Dann muss man nämlich nicht den Namen extrahieren. Aui Bank. Financa. Amaha Bank. Ah ja. Maschank. noch nicht geholfen alles. Wo sind denn die äh ja kyrillisch Experten? Schon Namen der Stadt entdeckt. Ähm. Nee. Aber wir sind genau zwischen zwei Bergrücken. Die Stadt geht nur quasi an der einen Straße entlang. Die ist aber keine kleine. Nicht? Also sehr viele hohe große Wohnhäuser. Ja. Das sind krasse, krasse Berge, dass die nicht Schnee drauf haben. Die sind alle sehr, ja weich, nicht? Die Berge hier. Sehr gerundet, abgerundet. Hier. Verkehrsschild. Komm. Bitte. Lass was draufstehen. Also entweder steht was drauf oder stand mal was drauf. Aber wir können es nicht mehr erkennen. The Global Found. Hm. Die haben auch oft in der Ausfahrt von den Städten so ein riesiges Schild oder so ein Stern oder sowas. Vielleicht nehmen wir den einfach. Da steht auf jeden Fall ähm der Stadtname und dann kann ich das auf der Karte ab äh gleichen. Tourist Information Office. Oh. Auch nicht schlecht. Da steht oft was auf Englisch. Äh. Kann man das sehen? Tourist Information Community Information Office off. Steht nicht dabei. Schade. Tja. Okay. Wir haben aber einen Fluss. Der zwischen uns und der Häuserreihe läuft. Okay. Das ist gut. Und der ist nicht klein. Der verläuft Nordwest Südost. Da haben wir sogar einen Fluss. Aber der hier geht Nordosten Süd Nordwest. Ja. Der hier könnte es sein. Aber der geht nicht durch eine Stadt durch. Und der kleine dürfte es nicht sein. Und da wir sind ja durch die Stadt gefahren. Und nicht an der Autobahn. entlang. Und nördlich von uns geht nicht. Weil da sofort Berge sind. Und südlich sind auch Berge. Das ist hier viel zu frei. Sowas hier. Aber hier ist keine Stadt. Eine größere. Wir brauchen also eine größere Stadt. Wo ein Fluss durchgeht. kann eigentlich nur da oben sein. Oder von der Größe der Stadt kenne ich hier unten jetzt nix, was nix. Na ja, die hier. Okay. Hier wäre auch ein Fluss. Aber wir fahren da nie rüber. Und der macht hier die falsche Biegung. Hier ist auch noch was. Aber auch viel zu groß. Und der Rest ist eher so kleines Gewürfel hier. Hier vielleicht. Karkol passt auch nicht genau. Allein vom Fluss her passt es fast nirgendwo. So riesig ist der nicht. Das kann doch nur so einer sein. Ist der See? Kreisverkehr hatten wir keinen. Kann da also auch nicht sein. Zugschienen hatten wir eigentlich auch nicht. Hm. Okay. Hilft mir doch noch nicht weiter. Aber da ist dieses große Schild, oder? Ah. Aber da steht zu viel drauf. Nicht so ein einzelnes Wort kann ich irgendwie lesen dann und vergleichen. Aber wenn da irgendwie so ein Satz steht, dann bin ich halt raus. Da kann alles stehen. Ah. Ich fahr doch in die falsche Richtung grad. Das ist doch das Touristencenter schon wieder. Aber wir hatten so einen guten Start. Ach komm. Fahr weiter. Er will nicht. Er kämpft gegen mich. Aber ich werde gewinnen. Akpahüb. Hm. Was haben wir da? Myheb. Oh, da kommen auch im Nordosten kommen auch ganz hohe Berge dann. Also wir können wirklich eine kleine große Stadt zwischen den Bergen sein. Ja. Wo ist das Stadtschild? Boah. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Da würde man nicht vermuten, dass eine relativ große Stadt kommt. Also 10.000 Einwohner oder so würde ich hier schon irgendwie in dem Gebiet vermuten. Straßennummer stand auch nicht dran. Die Tankstelle könnte man vielleicht sehen am Ausgang der Stadt hinter dem Fluss. Und hier geht's dann ins Hinterland. Da bin ich selten langgefahren. Ich glaube, hier kriegt man auch nicht mehr Informationen. Friedhof sieht aus als ob da kleine Miniaturhäuser überall stehen. Stehen sie auch. Okay. Hier. Da. Jethypa. Jethypa. Das habe ich schon mal gesehen in der Stadt. Ja. Jethypa. 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 Was manchmal ein Problem ist, dass Google die Sachen dann hier anders schreibt. Jethypa. Könnte natürlich auch heißen Tankstelle von Jeth oder sowas. Kappa kennen sich. Karakö. Mahak. Bünak. Kat. Bisek. Aeb. Tomok. Bünak. Boini. Bünak. Nee. Nicht in der Zoom-Stufe. und in der fluss hier sieht noch interessant aus hier ist Kappa blabla aber die suchen ja Jethyper irgendwie suche ich die ganze Zeit Kappa im Kopf das ist das Problem, wahrscheinlich habe ich schon dreimal gesehen, aber ich habe immer an Kappa gedacht Jet hieß ein Jet aber ganz falsch entgeben von Kappas Kappas wie gesagt, wenn da drauf steht hier kommt eine Tankstelle, dann bin ich halt aufgeschmissen, nicht? hier unten bin ich schon mal lang gefahren das sah eigentlich anders aus da sind wir wirklich von hier bis hier rumgefahren und wir haben es glaube ich an irgendein Ort ich glaube Karaköl oder sowas stand denn auf europäisch dran hier sowas könnte ich mir halt vorstellen aber hier ist kein Fluss und wir sind abgebogen von wir kamen aus Osten und sind nach Norden abgebogen okay, das würde schon passen hier hier ist eine Tankstelle hier ist ein Friedhof aber da müsste jetzt eine Aral kommen und ich glaube nicht, dass hier eine Aral kommt okay, wir fahren mal weiter vielleicht stehen da noch ein paar andere Sachen hier hast du ein Stadtschild? hier Wapabi das könnte auch Friedhof heißen, nicht? Hab Bö Wapabi Oh Mann Ah, da kommt doch noch was Bonhinki Willkommen in Bonxi Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation hab ich das schon gesagt Wir überkreuzen ja den Fluss an irgendeiner Stelle dann nach Norden Nee, passt nicht Oh Mann Sonst war das so schön und einfach einzugrenzen dass wir hier aus sowas doch wirklich aus Karakul oder so kommen Vielleicht heißt ein Stadtteil auch nur so oder sowas Bonxi Hilft nicht Oh, ich geh in den Cruise-Mode Wir müssen uns zurücklehnen Und wir haben noch eine Runde vor uns, nicht wahr? Was man machen könnte, ist die Straßensituation aus der Stadt heraus mit Paint nachpinseln Und über die Karte liegen Das hilft auch manchmal Okay, das hilft mir nicht Dann muss man hier nur ein bisschen mehr fahren, als ich das grad tue Damit man bei der Skalierung vom Land dann halt erkennt, in welche Richtung die geht Aber aus der Stadt geht es eigentlich nur nach Norden So, wir gehen mal back to start Wir fahren mal in die andere Richtung Vielleicht kommt hier ja direkt der Richtige Tipp Zum Beispiel Wenn wir uns ein Haus kaufen wollen Oder eine Wohnung Skiskadom Hm Ja, die Sprachbarriere, sag ich euch So ein Schild halt Wo irgendwie dahinter Kilometer steht oder so Wär auch hilfreich Nicht, dass man eine zuverlässige Quelle hätte Und sagen kann Ah, okay Das muss ein Stadtname in 30 Kilometern sein Aber die ist schon sehr lang gezogen Oh man, komm jetzt mal hier Ah, der kommt nicht voran Fahr zu Ei, wisst was ich mal Während der fährt Trinken wir einen Schluck Prost Ey Nein, ich will nicht abbiegen Ich will einfach weiter Umleitung Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht Von Hinterland was zu sehen Das liegt wirklich Eigentlich liegen wir auf einem Bergrücken Wo nur Ja Wahrscheinlich geht es hinter dem Berg auch runter Und da ist der Fluss Okay, also der geht wirklich Auch nach West-Ost Aber ich glaube, das ist so ein Schmelzfluss Nicht, der vielleicht gar nicht angezeigt wird Ja, das kann auch sein Oh man Okay, hier kommen wir wieder zurück Statuen Und hier können wir nicht weiterfahren Doch Oh Petroleum Boah Das sind Das sind wahrscheinlich mehrere Städte Nicht Oder Orte Zusammengeschlossen Vielleicht doch da unten Das Von mich finde ich es immer krass Man denkt so Boah Was sind das für riesige Straßen Und dann kommt Nix So Warum baut ihr eine Straße Die irgendwie In der Wüste Hinten Zu einer alten Holzhütte führt Die irgendwie 80 Meter breit ist Alles Ruin Nicht fertig gebaut Oder noch im Bau Aber es sieht ja aus Als ob Vieles Niemals fertig gebaut Würde Oder wird Das sieht ungefähr aus So wie mein Pile of Shame Von Games Die ich mal entwickeln wollte Alles angefangen Rohbau Und dann aufgehört Ja ungefähr so Obwohl So weit war ich noch nicht Aber irgendwann Wenn ich mal mehr Zeit habe Dann Fange ich nochmal ordentlich an Braucht dann halt nur Leute Die mich auch immer motivieren Auf Arbeit Ist es Die Arbeit Die einen motiviert Auch wenn die Arbeit An sich immer Nervig ist Nicht Aber irgendwie so Dieses Für die Arbeit Was erledigen Ist nochmal was anderes Als für sich selber Irgendwas zu machen Oder für sich selber Zu arbeiten Finde ich immer Ganz schwer Stream ist jetzt was anderes Das ist ja auch eher Spaß Ihr könnt mir auch nicht sagen Wo es hingeht Oder Mann Hier muss irgendwo Eine Schule Auf jeden Fall Sein Wenn er mich immer so Zurücksetzt Wenn man gerade schon Nach vorne gegangen ist Mach mich fertig Oh und die Straße Haben sie sogar mit Bäumen Noch schön Gemacht Die muss Ja ich wollte gerade sagen Muss eigentlich recht neu sein Aber sieht nicht so aus So University of Central Asia Ah Verdammt Oder eine Schiene Wäre zum Beispiel Auch hilfreich Wenn wir Irgendwie Schienen Kreuzen würden Aber ich glaube Die sind hier nur Für das Gelände Nicht wahr Die sind nicht Für Für außerhalb Da hier aber ein Gehweg ist Glaube ich Da kommt noch was In Deutschland wäre es so Dass der Gehweg Nicht vorhanden wäre Nicht Wenn du von einem Ort Zum anderen läufst Darfst du als Fußgänger Über die Landstraße latschen Wo die mit 100 An dir vorbeirauschen Hier haben sie sogar Einen Weg Für irgendwie Ein Popel Haus hinten gebaut Oder wegen der University Ach Guckt mal Das ist die University of Central Asia In Kirgizistan Da geht die Straße zur Universität Und Ja Ein Lernerfolg Würde ich sagen Ja Nur keine Universität Na zündeln sie wieder Ihr sollt nicht immer zündeln Und so viel rauchen Das ist nicht gut Für eure Lungen Spamt liebe Herzen Und Chat Das sehe ich auf jeden Fall Okay Aber Immer noch ein Weg Ah ja Die Central University Verstehe Die Schilder sind alle Abgedeckt So und da kommt der Fluss mit einem fetten U an Der ist nördlich Von uns Und wir überfahren ihn Dann auch nördlich Nachher Okay So Wo waren Die hier Wäre doch so eine Ecke So wir können nur hier sein Wir sind hier drin Und wir stehen wahrscheinlich Gerade hier War so Aber das sah Sah ja nicht so aus Aber gut Das Nee Obwohl Wir sind ja hier Fühlt sich nicht so an Als ob wir das Gefahren sind Wir sind gerade Südlich raus Aus der Stadt Und der Fluss Ist nördlich Okay wir sind südlich Raus Und dann kam der Fluss Dann sind wir hier Hier University of Central Asia Hier stehen wir gerade Wir haben es Okay Jetzt heißt es nur herausfinden Auf welcher Höhe Oh Mann Und der Spaß Geht richtig los So das Tourismusbüro Wird uns nicht helfen Das war hier hinten Irgendwo Kurz vor Rausfahrt Auf der Seite Hier Hier hinten ist irgendwo Das Tourismusbüro Von hier sind wir gekommen Globus Nomad Hier ist der eine Park Das ist glaube ich Das Gebäude Mit den Fahnen Davor Oder das So Vielleicht eine Straße Die schräg Ab geht Die haben ja Straßennamen Leider nicht für die Straße Aber vielleicht Für eine der nächsten Großen Und super Mit den Herzen Das brauche ich Jetzt umso mehr So das Guck Das ist das hier Dann stehen wir hier Das ist zu eindeutig Und vielleicht Können wir nochmal Gucken Was sollte Hier sein Daneben Blumengeschäft Ja Weiß Nicht Weiß ich Nicht Gibt es denn Nochmal Warte mal Die geht nach Wo weg Nach Osten Ja Und unsere geht Nach Also unsere geht Straight nach Osten Und die geht nach Südosten Gibt es so eine Situation nochmal Nö Also da können wir Sicher sein So Und wir sehen Das Ding Ja Das weiße Haus Ist es Okay Wir gucken Das heißt Da vorne Schon Irgendwo Hinter dem Haus Da Heißt Wie viele Straßen nach Links Eine Zwei 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 nach Links Eins Zwei nach Links Dann kommen wir Ja Und Unsere geht aber Nur nach Norden So Das heißt Hier können wir Nicht sein Wir gucken mal Wo die Groß ist Die Nach Süden Geht Die Gibt es Nicht Das ist Doch Scheiße Ich bin in die Falsche Richtung Gefahren Auch Ich wollte In In die Westliche Richtung Müssen wir Aber Hier gibt es Auch Keine Ich meine Das ist Eine Straße Aber Hier Die müsste Ja nach Norden Führen Okay Die fehlt Mir Gerade Vielleicht Wurde die Überbaut Mit den Häusern Die sehen So neu Aus Aber warum Sollten Die eine Straße Überbauen Die nach Norden Gibt es Aber die Nach Süden Nicht Wir fahren Aber auf Die zu Oder Wenn ich Nach Westen Fahre Ne nach Osten Ja ich Fahre nach Osten Auf Die zu Wir haben Zwei Querstraßen Die hier Vielleicht Noch Die Müsste Vor der Schrägen Die Kreuzung Kommen Boah Bin gerade Aufgewacht Meine Cousine Hat mich Angerufen Aber Jetzt Gucke Ich Noch Ein Bisschen Ja wir Sind Gerade In Runde Zwei Von Drei In Kirgizistan Da Macht Ihr Sicher Keine Klassen Fahrt Hin So Das Die Große Straße Die Ist Fix Das Ist Die Hier Ganz Ganz Sicher Dann Kommt Eine Einfahrt Sehe Ich Nicht Die Kommt Nach Norden Gibt Nicht Das Müsste Auch Na gut Das Könnt Die Hier Sein Bulag Ok Bulag Sehe ich Nicht Hast du Bulag Ne Hast du Bulag Ne So Dann Fahren War Dann Kommt Ein Langes Haus Ein Sehr Langes Haus Nach Norden Das Könnte Das Sein Theoretisch Dann Kommt Ein Abgesetztes Haus Das Ist Das Und Das Hat Eine Einfahrt Und Eine Ausfahrt Das Ist Die Hier Dann Kommt Ein Haus Das Ist Das Hier Ja Und Das Soll Da Das Die Große Straße Ok Und Dann Wo Sind Denn Unsere Roten Häuser Dann Kommt Die Schrägen Häuser Hier Dann Sind Wir Jetzt Hier Da Hinten Erst Oh Krass Ok Dann Kommt Noch Mehr Von Denen Dann Müsste Jetzt Ein Haus An Der Straße Kommen Das Ist Das Hier Dann Kommt Wieder Nichts Ja Dann Kommt Wieder Ein Haus Nach Vorn Es Könnt Das Gewesen Sein Und Dann Kommt Unser Start Punkt Die Nächste Straße Die Nach Norden Führt Also Stehen Wir Hier So Ich hoffe Das Stimmt Da Kommt Auch Eine Straße Nach Süden Würde Passen Und Dahinten Wieder Eine Nach Norden Könnte Auch Passen Finish 1 Meter 34 Jawohl Wenn Das Keine Likes Wert Ist Oder Ein Abo Dann Weiß Ich Auch Nicht Huch Das War Hart Kyrgyzstan Fast Hättest Du Uns Gehabt Aber Am Ende Haben Wir Dich Gehabt Und Damit Geht's Auf Runde Drei Oh No Oh No Oh Ich hoffe Der ist Eingezeichnet Ja Ist er Weil man Reinfahren Kann Schon Sehr Gut Das heißt Wir haben Eine Dreier Ecke Okay Das Finde Ich Oh Ja Das Finde Ich Lang Tora Auf Jeden Fall Irgendwo Hier Oben Wahrscheinlich Norwegen Nicht Oder Dänemark Dänemark Hat rote Dinger Eigentlich Müsste Das Dann Ehr Hier Sein Die Haben Auch Teilweise Noch Diese Os Aber Das Ein Arm Ding Drüber Lädö Warte Ist Ist Das Jetzt Lädö Oder Das Haben Wir Vorhin Hier Gesehen Vögel Lang Lenk Götra Lumpaland Eckerö Gölbi Björbi Elend Lädö Werdö Ja Okay Werdö Hab ich Gesehen Aber ich Längdö Emnes Jersö Swinö Beckel Okay Ich war schon mal auf irgendeiner Komischen Insel von denen hier Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist Okay, aber die Namen sind schon wieder schwedisch, oder? Dann Ähm Fahren wir Richtung Lade Es sind nur drei Kilometer Machen wir zuerst, oder? So Wenn wir fahren Stoße ich wieder mit euch an Prost Ja, rote Häuser Ja, rote Häuser könnten Schwedenhäuser sein, aber die Randmarkierungen sind für mich nicht so schwedisch Radfahrer Radfahrer Tuskeya Lädö Wenn es halt nicht so kalt wäre, wäre das was für mich Ich brauche wirklich Ich brauche wirklich Mal Kennt ihr jemand ein Land, wo es immer so 21 Grad ist, aber mit Schönen Wind, so leichten Wind, gerne Oder kühler 18 Grad, aber warmer Wind So, oder 19 Grad und warmer Wind Oder halt 23, 24 Grad und kühler Wind Und das Das ganze Jahr über Mit leichten Schwankungen vielleicht im Sommer und Winter Das wäre echt was für mich Wahrscheinlich irgendeine Insel wie Mauritius oder sowas, nicht? Oder Madeira hat sowas bestimmt auch, so ein Klima Auf jeden Fall schöne Häuschen hier Ich mag es immer, wenn der in diesen komischen verzerrten Modus geht Das sieht aus, als ob man dann in die Zukunft reist Oh man Oh, da steht was Da haben wir was Ladö, achso Der will mich ganz schön verladö Okay, Wohnmobilparkplatz Enköping, okay Das ist gut, Enköping, kenne ich Das haben wir nämlich vorhin Linköping, Nörköping Äh, Jönköping Oh, wo ist das gewesen? Enköping, da Und Richtung Sala Sala, okay, dann sind wir da Zwischen Zwischen Und jetzt sind wir in Sub Wir gehen zurück Ladö Ecke Langtöra Okay, ich hab gedacht Die sieht man sofort Lenk-Töra Da Ladö Okay, nach Ladö sind wir reingefahren Müssen wir ja irgendwo bei Hier sein Und die Straße geht nach Leicht Nordwesten Weg Und dann kann's eigentlich ja nur die C800 sein Unsere Straße hat so einen leichten Südwestbogen Nord, Osten, Süden, Westen Südwest Und nach Norden Macht's eine fette Biegung nach Südosten Es kann hier nicht sein Ja, hier, oder? Da müssten hier Häuser sein Sind sie nicht Können sie nicht sein Aber das passt hier Nicht von der Straße Und das passt auch nicht Okay, wir fahren mal nach Langtöra in die Richtung Fünf Kilometer Ich kann ja mal gucken Was sind fünf Kilometer? Sind das hier Ja Ein bisschen Bisschen hinter uns eigentlich Hier sind so fünf Kilometer Weil da können wir nicht sein Das Aber wenn wir das finden Okay, die Straße geht rum Und führt nach Osten Nicht nach Süden Ja, das kann das Stück hier sein Und dann geht's wieder nach Norden Okay, das passt Wenn jetzt dahinter der Abzweig kommt Dann haben wir's gefunden Und Das sieht gut aus Das sieht wie ein Dreieck aus Das sehe ich schon von hier Zack Da haben wir ein Dreieck Perfekt Bingo Bongo Zwei Meter dreißig Und damit haben wir Die Final Results Mit 18.000 Punkten Wir waren In San Marino Jetzt mal wirklich Sechs Minuten 52 Nicht nur Verduselt neulich Kyrgyzstan 37 Minuten 32 Und 7.23 In Schweden Insgesamt unter einer Stunde Wir haben heute den Schnitt gehalten Eigentlich alles unter einer Stunde zu schaffen Alle Folgen, die wir aufgenommen haben Und ich würde sagen Seid auch bei der nächsten dabei Vielleicht schaffen wir ja nochmal eine 20 Minuten Runde Unsere Beste liegt bei Ungefähr 17 Bin gespannt Bis dann Und tschüss Bis dann